Je mehr die Krise greift, desto enger wird es. Auf die Eindämmung der Bewegungsfreiheit folgt die Verengung der finanziellen Mittel. Erste Budgetkürzungen stehen im Raum. 10% im nächsten Jahr werden nicht mehr ausgeschlossen. Das sind erhebliche Einbußen. Aber was bedeutet das? Wie viel sind eigentlich 10%? In einem Albtraum erscheint eine Fotografie vor meinem inneren Auge. Ein Plakat, das Herbert Bayer gestaltete. Er hatte in den 1920er Jahren am Bauhaus in Weimar studiert, unter anderem bei Kandinsky, Klee und Johannes Itten. Später in Dessau wird er selbst Lehrer und Leiter der Werkstatt für Druck und Reklame. Auch das Bild, das ich meine, kommt aus der Werbegrafik, obwohl es eine Fotografie ist und ohne Text auskommt. Ein junger Mann, es ist Bayer, ist darin zu sehen. Er steht nackt vor einem Spiegel. Das Foto zeigt ihn von der Seite und ein zweites Mal angeschnitten am rechten Bildrand von hinten. Ein plötzlicher Schauder durchfährt ihn. Die Augen bemerken Erschütterndes. Seine Züge entgleisen. Sein linker Arm, den er an den Kopf hält, ist plötzlich von ihm abgetrennt. Ein Stück ist fein säuberlich von unsichtbarer Chirurgie herausgesägt. Der verblüffte Bayer hält die Scheibe in der Hand wie einen Kantenbrot. Wie konnte das geschehen? Die Verletzung, einmal abgesehen vom psychischen Schock, scheint fröstelnd, aber nicht schmerzhaft zu sein. Der Verstümmelte staunt über die Fehlstelle und seinen entzweiten Körper. Foto und Spiegel, eigentlich verlässliche Bildgeber, scheinen das schier Unglaubliche zu verbürgen. Für seinen Bildwitz zitiert Bayer nicht nur die Schaufensterpuppen, die im Surrealismus wegen ihrer geisterhaften Anziehung geschätzt werden, sondern auch einen alten Topos, nämlich die Vorstellung vom Kunstwerk als Vollendung. Man denke an Pygmalion, der sich seine Geliebte formt, oder an Cepetto, der sich seinen Sohn aus einem Holz schnitzt. Wenn sich Bildhauerkunst und Begehren zu einem Wunschbild vereinigen, dann können Statuen zum Leben erweckt werden. Doch auch die Verstümmelung kann anziehend sein. Abgebrochene Gliedmaßen sind keine Seltenheit in der Geschichte der Bildhauerkunst. Es gibt viele antike Figuren, denen Gliedmaßen fehlen. Der Priester Laokon ist nur einer davon. Er wird während der Hochrenaissance mit fehlendem Arm gefunden. Michelangelo rekonstruiert den Torso und denkt den rechten Arm des Sterbenden nach oben gestreckt. 400 Jahre später wird das Originalstück bei Ausgrabungen doch noch entdeckt. Im Jahr 1904. Seit damals ist klar, dass Laokon seinen Arm abgewinkelt zum Kopf führt, ähnlich wie Bayer seinen in seiner Montage. Abgesehen von den Bezügen zur Kunstgeschichte und dem schaurigen Schock, das Bild bleibt verunsichernd. Mulmig schwanken wir zwischen amüsiertem Grusel und dem Phantomschmerz der Amputation. Was beide einander ähnlich macht, ist die schaurige Fantasie der Nacht. Die Umnachtung, die den Schlaf raubt, wie manches Zukunftsszenario in Zeiten der Krise. Bayers Fotomontage darf als Bild dessen gelten, was uns möglicherweise erwartet. Denn wenn wir einen Arm verlieren, verlieren wir etwa 10% unseres Körpergewichts. Die Umnachtung, die den Schlaf raubt, wie manche Schlaf raubt, wie manche Schlaf raubt, wie manche Schlaf raubt.